Und mein Papa hat in seinem Leben immer nur ein großes Ziel gehabt. Er wollte mich zu einem richtigen Mann erziehen. Das ist bei uns in Österreich extrem wichtig. Und für seinen gestandenen Mann in Österreich gibt es eigentlich nur zwei einfache Gebote. Erstens, ein richtiger Mann aus Österreich sollte konstant zwei Promille Alkohol im Blut haben. Das ist in Leipzig ein leichter Schwips. Und zweitens, ein richtiger Mann aus Österreich darf auf keinen Fall seine Gefühle zeigen. Und auf keinen Fall weinen. Mit seinen Augen. Ich habe als Jugendlicher aber gegen jedes Gebot verstoßen. Ich war immer extrem sensibel und habe ziemlich viel geweint. Zum Beispiel, wie ich als 17-Jähriger das erste Mal in meinem Leben so richtig in ein Mädchen aus meiner Klasse verliebt war. Und dann habe ich es bei meiner Geburtstagsfeier bei mir zu Hause im Bett mit einem anderen erwischt. Mein Papa hat dann zu mir gesagt, Benni, geh jetzt bitte wieder raus.